hallo leute wir sind heute in der asse und gerade auf der asseburg angekommen sind hier noch alte mauerreste der der burg sehr interessanter ort und in dem herbstwetter mit den bunten blättern richtig richtig toll hier sind die mauerreste ganz schön große burg gewesen wir sind jetzt hier schon einige meter gelatscht und schon einigen mauerresten begegnet das war wohl die außenmauer wir sind jetzt hier in der innenburg hier geht es ganz schön runter eigentlich sind wir hergekommen um ein paar geocache zu suchen aber dass es so doll hier ist das lohnt sich echt der ausflug so super da ist noch irgendwas ein schild ich fühle mir gerade mit meinem smartphone ich kann es leider auf dem bildschirm nicht erkennen was da draufsteht aber ich denke mal ihr könnt es lesen auf dem größeren monitor ok ich werde schon meinen nachwuchs kommen gut ich würde sagen das war es erstmal ich werde jetzt den nächsten cash suchen ok danke fürs zuschauen bis dann ciao ok 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 ok